Kurs zum Selbstbau startet. Günstiger ist ein eigenes Haus nichts zu bekommen. Sogenannte Tiny Houses Deutsch, winzige Häuser, gibt es schon für rund 20.000 Euro. Ein Berliner Architekt hat sogar eine Version für rund 5.000 Euro entwickelt. Die Mini-Domizile sind auf engstem Raum mit dem wichtigsten ausgestattet, was man zum Leben braucht. Der Anstieg der Mieten und Hauspreise hat das Wohnen in Deutschland zuletzt deutlich verteuert. Alternativen zum klassischen Hausbau werden daher immer attraktiver. Tiny Houses machen es möglich, schon mit wenigen tausend Euro zu einem Eigenheim zu kommen. Die Mini-Häuser bieten zwischen 8 und 55 Quadratmeter Wohnraum. Die Bewegung aus den USA steht in Deutschland jedoch noch ganz am Anfang und stößt hier auf so manche rechtliche Hürde. Denn klein oder nicht klein, bei der Baugenehmigung und beim Erschließen des Baugrundstücks gilt dasselbe Recht wie beim Einfamilienhaus. Ob groß oder klein, in dem Moment, wo sie etwas bauen, unterliegen sie dem Baurecht, erklärt Eva Reinhold Bustiner vom Verband Privater Bauherren. Auch wer sein Häuschen auf einen Anhänger stellt, wie es bei vielen Tiny Houses der Fall ist, kommt nicht an den Vorschriften vorbei, wenn er sich auf Dauer an einem Ort niederlassen will. Entscheidend sind die Landesbauordnungen und die kommunalen Bebauungspläne. Der Bebauungsplan regelt das Baurecht in der Kommune, sagt Reinhold Bustiner. Hier steht drin, was an welcher Stelle gebaut werden darf. Deshalb präht sie jedem Bauherrn, sich zuerst beim zuständigen Bauamt zu erkundigen. Hans-Peter Brunner aus Staufen bei Freiburg gehört hierzulande zu den Ersten, die sich ihren Traum von den eigenen vier Wänden im kleinen Maßstab erfüllt haben. Sein Vorbild ist der US-Amerikaner Jay Safer. Er wollte ein winziges Häuschen für sich, dafür erhielt er aber keine Baugenehmigung, erzählt Brunner. Daraufhin kam er auf die Idee, sein Haus auf einen Doppelarsenhänger zu bauen. Safer gilt als Begründer der Tiny House Bewegung in den USA, die durch die Immobilienkrise 2008 Aufschwung erhalten hat. Er entwickelte Baupläne zum Nachmachen. Brunner wollte eine dieser Anleitungen zunächst eins zu eins übernehmen. Das Dumme war, die Pläne waren nicht umsetzbar, weil sie auf unsere Straßenvorschriften nicht gepasst haben und auch nicht auf die Anhänger, erläutert Brunner. Die amerikanischen Pläne können leider nur als Anregung dienen. Man brauche Skizzen, die für Europa gemacht sind, oder einen entsprechenden Kurs zum Selb-Erbauen. Dafür benötige der Häuslebauer nicht viel, Akkuschraube, ein paar Grundwerkzeuge wie Hammer, Schraubenzieher und einen Winkel, eine Handkreissäge und eine Gehrungssäge, das sind alles Dinge, die man in jedem Baumarkt kaufen kann, zählt Brunner auf. Wer nicht selbst zum Hammer greifen will, kann sich an eine Handvoll professionelle Anbieter von Minihäusern wenden. Auch Christian Bock aus den nordhessischen Badwählungen ließ sich von Zafers Bauplänen inspirieren. Als ich auf die Fotos von Jay Zafers stieß, war ich sofort Feuer und Flamme, schreibt Bock auf seine Webseite. Zusammen mit seinen Mitarbeitern baute der Tischlermaster ein mobiles Dini-Haus, das alle wesentliche Bestandteile eines normalen Hauses mitbringt, Wohn- und Sitzgelegenheiten mit Tisch, Küchenzeile, Nasszelle und ein Schlafboden sind auf kleinem Raumplatz sparend untergebracht. Bock sieht in seinem winzigen Eigenheim auf Rädern auch über das Wohnen hinaus vielfältige Einsatzmöglichkeiten, es könne als Ferien- oder Gästeunterkunft, mobiler Büroraum, Single-Haus, Musikübungsraum oder Jagd- und Anglerhütte genutzt werden. Gebaut hat Bock ist ganz aus Holz. Die Dämmung in Wänden ums Dach bedient sich keiner Styropor-Materialien, sondern ist mit Holzfasern ausgestattet, berichtet der Tischlermeister. Eine hinterlüftete Lärchenverscheilung schützt das Mini-Haus an der Außenfassade. Auch wenn Tiny Houses sehr günstige Eigenheime sind, den meisten Anhängern geht es nicht in erster Linie darum, sondern um eine gesellschaftliche Idee. Ich möchte wissen, wie sich das anfühlt, wenn man mit dem Minimalen auskommt und auf 8 Quadratmetern Grundfläche lebt, beschreibt es Brunner. Sein selbst gezimmertes Eigenheim im Stile eines schwedisches Holzhauses mit Veranda kostete unter 20.000 Euro. Der Berliner Architekt Van Bole Menzel hat sogar ein Mini-Haus-Modell für rund 5.000 Euro entwickelt. Er hat das Unreal Estate Haus getauft. Der Name ist eine Anspülung auf Real Estate, das englische Wort für Immobilie. Die Pläne dafür stellt er gratis im Internet zur Verfügung. Auch Bo Menzels Häuschen steht auf einem Anhänger und auch hier gibt es alles kompakt. Die Küche hat einen Falltisch. Wenn man den hochklappt, ergibt sich ein neuer Raum. Dort sind die Toilette und die Dusche untergebracht, beschreibt der Architekt. Wie die meisten Tiny Houses ist das Mini-Gebäude völlig autark und braucht keine Anschlüsse für Strom, Wasser oder Abwasser. Die Kernfrage bei diesem Projekt war für Van Bole Menzel. Wie kann man gut leben, ohne Miete zu zahlen? Das Unreal Estate Haus ist ein Weg. Man kann Plätze und Flächen, die nicht genutzt werden, etwa Parkplätze, zum Lebensraum erklären. Das ist allerdings nicht legal. Damit erwähnt der Architekt einen heiklen Punkt. In Deutschland darf man sich nicht an jeder Ecke niederlassen, die einem gefällt. Eine Möglichkeit, ohne Baugenehmigung in dem mobilen Zuhause zu leben, wäre ein Campingplatz, die Dauerstattletze zur Verfügung stellt. Ein Dutzend Tiny Houses entstanden in den vergangenen Monaten auf dem Innenhof des Berliner Bauhausarchivs im Bezirk Schönebeck bereits. Es geht um die Frage, wer sich an der Innenstadt aufhalten darf, sagt Le Menzel. Er ist der Initiator des Projekts, das neue Möglichkeiten urbanen Zusammenlebens ausloten will. Die winzigen Häuser verschlingen weniger Ressourcen, bieten wenig Stauraum für Konsumgüter und finden selbst in überfüllten Städten Platz, auf Parkplätzen zum Beispiel. Mit höchsten 10 Quadratmetern fallen wir noch nicht unter das Baurecht, sondern unter die Straßenverkehrsordnung, erklärt Le Menzel das selbst auferlegte Grundflächenlimit. Was sich darauf alles anstellen lässt, zeigte das Berliner Tiny House Team bereits mit dem Phil beachteten Projekt Tiny 100. Ein vollwertiges Häuschen mit 6,4 Quadratmetern Wohnfläche, das Le Menzel für 100 Euro monatlich an bedürftige Menschen vermieten möchte. Weitere Tiny Houses sind auf dem Bauhausgelände zu besichtigen, darunter das schicke Haus Awold, gestaltet vom italienischen Architekten Leonardo Di Ciorra. Etwa 50.000 Euro muss man für den Bau eines Tiny Hauses aufbringen, sagt Le Menzel. Der Baukurs der Sommerschule deckt daher auch nur das Nötigste ab. Ein schwedisches Möbelhaus bezahlt als Sponsor den Bauanleiter. Der hilft dabei, das Grundgerüst des Stadthauses auf dem Anhänger zu errichten. Fenster, Dämmung, Innenausstattung kommen oben darauf und müssen vom Kursteilnehmer bezahlt werden. Den ersten Baukurs zahlt eine Metzenden aus München, sagt Le Menzel. Zwei junge Flüchtlinge aus Syrien bauen das Tiny Tonghaus auf. Es soll als Modell dienen für weitere Baukurse, die ab Herbst angeboten werden. Noch gibt es nur eine Skizze, das Stadthaus hat in der vorderen Hälfte einen multifunktionalen Aufenthaltsraum. Die zweite Hälfte besteht aus der Küchen- und Sanitäreinheit sowie Schränken. Darüber ist Raum für ein Bett. Wer hier wohnt, lebt kuschelig und muss Ordnung halten. So etwas bauen sich eher junge Leute aus der oberen Mittelschicht, sagt Le Menzel. Verzicht sei für diese Menschen eine Mischung aus Haltung und Lifestyle, Selbstreduktion gehe nur freiwillig, fügt er hinzu. Der Wandel muss aus der Mitte der Gesellschaft kommen, sonst wäre das ja Kommunismus. Nicht nur die Baubranche interessiert sich für diese Möglichkeiten der Stadtentwicklung. Auch die Möbelindustrie hat den Trend längst erkannt und beschäftigt sich mit der Idee vom Wohnen auf immer kleineren Grundflächen. Die weltgrößte Messe der Zulieferer der Möbelindustrie und des Innenausbaus, die Interzum, widmete dem kleinen und beweglichen Wohnraum 2017 eine Sonderausstellungsfläche. Hier ging es zum Beispiel um Innovationen für Beschläge. Die kleinen, vom Möbelkäufer meist wenig beachteten Teile können dabei helfen, das Platzangebot eines Zimmers besser auszunutzen, etwa, in den Ecken oder Nischen besser zugänglich für Regalauszüge werden. Nur so lassen sich 6,4 Quadratmeter Wohnfläche auch vollständig ausnutzen. H. R.